Das Mono richtet mich noch. Ah, jetzt höre ich das ruhige Geräusch dieser Minigar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Jagdflinte schon reparieren kann. Aber, wenn man es mit Erfolg krönt, ist es noch besser. Gehen wir doch mal hier rein. Ach, ist das schön. Aufpassen, dass ich nicht in Fallen trete, aber... Das dürfte eigentlich nach über 100 Folgen... Aber nein, ich sag nichts. Ne. Das ist doch ein Zaun, das hört sich nur gefährlich an. So, haben wir denn hier links was? Nein, da links haben wir nur einen Schrank, der ist nicht so gefährlich. In den meisten Fällen zumindest. Was? Lachst du so? Du bist doch... Ja. Ja. Du bist doch nicht so gefährlich. Ja. 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 Jett, wait a way, ne Buff out nicht, 5mm nein, 5,5,6, kommen sehr leicht, ja ich kann auch nur die Runde, kacke, ach ne, äh, ja, ich kenne die 10-Minute-Mistole nochmal zu alten Seiten, da muss ich, ich kann nicht drauf passen, äh, sowas ist aber nicht für schlechten Eltern, ich meine, ich saß jetzt früher auch diese Waffe, ich bin hier, ne, ich dachte weil das gerade so hell war, dachte ich, ich bin hinter diesem Schacht, den ich da gefunden habe, aber der kommt wahrscheinlich noch, mit irgendeiner Leiter oder so verknüpft, ja, ist noch nicht schwer, ich brauche mal irgendwann wieder ein chinesisches Sturmgewehr zum Reparieren, als Ersatzteillager, da, da, und was war hier, oder ist sie, also es wird nicht mehr lange, aber wir wollen so freundlich, ne, diese Dinger, Ryan Briggs Terminal, ein sehr leichtes, ist auch schon lange nachher gesehen, Plate, okay, denn das ist Glow Fader Handschuh, oh Gott, es werden so viele Tagorei drin, ne, ich hab's endlich geschafft, wer hätte gedacht, dass die Lösung in der einfachen Kombination von morgens das Rattenfleisch und Wunderkleber liegen würde, durch das vermischen dieser beiden Komponenten in einer Metallkiste entsteht eine Art sehr wohlschmeckende Dörrfleisch mit nussartigem Geschmack, das sich auch gut korneln lässt, die sonst übliche Zähigkeit in der bittere Weihgeschmack wird mal auf das Rattenfleisch dann vollkommen verschwunden, darüber hinaus hat dieses Fleisch wohl bestärkten Eigenschaften, wer von diesem Wunderfleisch ist sehr lebhaft und verspürt einen Grundbewegungsdrang, wie bei Ecstasy, ich werde dafür mehr verlangen können, als ich ursprünglich geplant hatte, ich muss es nur noch in einer der Städte an der Oberfläche zu Verkauf anbieten, dieses lange Wehr ist auch nicht mehr gut gegangen, dieses Mutten Raiders haben mich schwer zugesetzt und nach dem, nach diesen endlosen Monaten bin ich mit Weise genauso mittellos wie die Ärmsten unter ihnen, eckwürdig, das ist der Alarm, gehen gelöscht, ähm, ich bin jetzt ganz nah dran, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hauptzitat eine Art von Thermospeisestärke ist, aber im nächsten Versuch werde ich Wunderkleber verwenden, diese klebrige Komponente hat sehr viel von dieser Stärke, nun haben wir hier einen kleinen Vorrat von dem Zeug, ich biete dem Weih das für jede Flasche, die sie mir bringen können, eine Hand voll Kronkuchen, diese schmierigen Verbrecher sind ganz nützig, wenn man das nützige Kleingeld hat, ja, kann sein, ne? Mit einfachen Dextrinsubstanzen habe ich positive Reaktionen erzielt, ich werde verschiedene Arten nochmal testen und abwarten, wo mich dies führt, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt für einen Durchbruch, ich habe es allmählichst, mich als Mitglied dieses Mördergesendels auszugeben, diese Maskerade hat mittlerweile jeden Reiz verloren, eines das allerdings war, wenn das Experiment gelingt, können wir alle reich werden, Mausrotten, Fleisch ist eines der am leichtesten aufzutreiben, der Fleischsorten allerdings auch eines der abschaulichsten, falls es mir gelingen soll, dieses Fleisch zu einer wertvollen Nahrungsquelle zu machen, wäre das schön. Die Mausrotten werden immer aggressiver, ich glaube, wir werden unsere Kontrollpunkte weiter nach hinten verlangen und müssen um die Sau zugleichen, ich frage mich, ob vielleicht meine Experimente mit den Isopränen, die sich plötzlich zu einer Merkenslust irgendwie verausgelöst haben. Ich würde mir weniger Sorgen darüber machen, wenn ich einem Erkenntnisse vorzuweisen hätte, es muss eine Möglichkeit geben, dieses Fleisch schmackhaft zu machen. Chucky jammert mir ständig darüber, die Ohren fliehen, dass seine Samen von Mausrotten von den anderen gefressen wurde, ich glaube, ich werde ihn erschießen, wird das beeindruckt, diese Waiters gewaltig. Ich habe ein wenig Isopräne beigemischt, es hat leider am Geschmack und der Beschaffenheit nichts geändert, ich verspreche mir davon nicht viel, aber werde beim nächsten Mal die Konzentration erhöhen, wenn auch nur, weil es von diesem Zeug zu viel gibt. Tja, die Mausrotten wären immer aggressiver, ich glaube, ich muss das schon mal gelesen, Archivierte Einträge. Achso, mhm, 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 mhm. Hat der also versucht, Mausrottenfleisch geschmackhaft zu machen, auch eine interessante Geschäftsidee. Hm, und was gibt's hier? Halbschwebende Züge. Schick. Wenn auch, äh, mein Geschmack. Also schmeckt bestimmt mal eine Güte zu viel. Das wären jetzt nur zwei Pugel, nicht meine typische Dreier-Salve. Egal, dann ist das halt ein Zweier-BMW, kein Dreier. Nein! Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte, bitte. Komm schon, bitte. Jetzt verschwinde! Ach komm. Ähm. Ich hab' natürlich die falsche Seite genommen. Der Kerl, das ist, ah, Bugs, ne? Also, ich bin froh, dass ich am Ende dieses Spiels bin, weil, puh, irgendwann hätte ich das mit den Bugs nicht mehr ausgehalten, glaube ich. Oh, oh. Wapp, 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 wapp. Oh! Wapp, lä – äh, Te. Ich dachte, Beatle. Beetle. ok ok es geht weiter und über diese 10.000 100.000 überstrecken heeey Weinbrück selber ach so ich dachte ja gar nicht so schlimm naja anscheinend schon skandana äh kampfhäte hm 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 ok da bringt die kampfhäte dann auch nix mehr was ist hier was ist hier hier sieht nicht so schlimm aus oh hm hm kürbis äh ja ost hier halt hm hm blutpaket weil ich damit mir ja so viel heilen kann ja ja leicht der ist nicht so haspen das ist natürlich ein mystery ist es natürlich und ting äh dann muss ich halt eine klammer finden also diese leichten und sehr leichten sind eigentlich immer zu knacken der husband schon zwei hatte dann ach ja lausende ja der essentia musste sein neuer archivierte neueste 173 ich hab's endlich geschafft hätte gedacht dass die hier ich hab's schon gelesen das war jetzt ganz ehrlich verschwindung von zeit wundervoll wundervoll nicht blutpaket 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 oh e2 tp20 hey das ist doch auch mal was ähm gewalt komisch im kongress mhm kongrogan psychon und dann doch warum jetzt eigentlich nicht also ich dachte ich da mal was wundervoll ahn obwohl ne kann sich mal leben und dann habe ich das gefühl hier ist der ausgang juli station ach ja da sind wir hergekommen hey da sind wir einmal im kreis gelaufen das war ja noch halbwegs machbar und ich wollte doch in dieser damen dem bleib ich jetzt einfach treu dem bleib ich wirklich treu in dieser aufnahmesession zumindest noch einmal dieses straßenkreis da in hand gehen zu wir kamen von rechts also gehen wir um rechts wir wissen die jewish station ist ein forschungslabor für mausfahrten gewesen und diese arabisch angehauchten wie link länge der stammig lang sind wir hier schön galaxy news ach sind das wieder unsere freunde von der tailing company drei stück wenn man irgendwo raus geht ist typisch wieso dachte ich mir das ich kann meine rüstung reparieren und schon hat das steht muss ja 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 Danke. Impulskontakt, Kampflente, Schraubblattwunder, Telekompressung... Geht natürlich nicht, ok. Ok... Achtung, wach zu zerblitzen, Schikreuzes... Sehr nah, der Telekompress... Ok... So... Hier... Ok, man kann natürlich auch immer nur begrenzt trappieren. Und mit Drohungen... Zumindest zum Ford Bannister will ich noch gehen. Ich will nicht rein, aber ich will dahin gehen. Weil wenn es das schon zu Ford heißt, wie Henry Ford, dann ist das bestimmt auch groß. Was ist das denn? Warte ich da nicht... Evergreen Mites... Ja, das kam mir doch so bekannt vor. Ja, ja, ja... Das kam mir bekannt vor. Und so viele Vögel, ne? Von der Seite sieht das richtig einladend aus. Kann man da ja fast schon hin... Ach, das sah erst aus wie ein Grill. Das schönste auf so einer offenen Fläche... Ach, der Tempedi Tower. Lass ich denn sonst noch... Wer sei von einem... Und der Karte immer irgendwas besonders sehen, aber... Ich bin bei den Tempedi Tower. Ich wüsste nicht mal in welche Richtung ich gucken muss für solche besonderen Sachen. Und da hinten ist wieder so ein Stützpunkt und... Man hat natürlich auch immer hier in Fallout... Irgendwas hast du immer im Blickfeld. Ob es jetzt solche Trümmer sind oder andere Trümmer... Irgendwas hast du immer im Blickfeld. Und ich frage mich, das sind gerade so andere Lieder hier, die abgespielt werden bei Galaxy News. Ah, das ist nicht der Radiosender, den ich will. Doch, Agatha und Galaxy News Radio. Die wollen... Oh, und ein Gegner. Oh, aber das ist nur ein harmloser Hund. Da schießt nicht mal der... Mann drauf. Oh, ein Gegner. Verschwinden die hier jetzt alle oder was ist hier los? Oh, Militärkampf, ja, so wie ich es mir dachte. Oh. Und, äh, ja. Mit diesem Blick, äh, würde ich sagen, verabschiede ich mich in die nächste Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.